Perfekte Ski-Verhältnisse und tolle Stimmung beim Obenair 2017. Das muss man einfach gesehen haben. Obenair im Hintergrund. Es ist Stimmung pur, es ist super, es ist einfach nur gigant. Und ich spring, 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 spring. Immer wieder, ich spring, spring, spring zu dir. Immer noch nie, nie, nie mal am Alibor. Und ich soll keine Sonne schälen. Ich bin der Ritchie aus Regensburg und wir sind 85 Leute in einem Bus aus Köln. Ich bin der Ritchie aus dem Stein. Ich war heute Morgen neblich und es kommt ein bisschen Sonne. Er hat gesagt, ich mach heute vor allem was. Super. Perfekt organisiert. Ich wünsche euch alles Liebe hier im schönen Zillertal an meine Kölner und an meine Zillertaler Fans. Eure Männer. Ja, es freut uns ganz besonders, dass wir die Kölsche Woche zum 13. Mal haben in Dux. Und das ist der grüne Abschluss, das Obwerk hat es heute hier im Hinterduxer Gletscher. Ich bin der Christoph, komme aus dem Landkreis Ehring. Das tut mir auch. Und das Bier spielt auch ein Rekurter. Duxer Kölsche Woche. Es war sensationell hier im Hinterdux. Ich bin der Christoph, euer Markus. Wir feiern Tage lang, wir feiern Wochen lang, wir feiern manchmal ein ganzes Jahr. Oh ja! Ich möchte so gern mit dir allein auf eine kleine Röte sein. Einfach so rein, oh, 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 oh. Heute Abend во